Willkommen zurück, ähm, zu The Walking Dead. Wir sprechen mit Doug. Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Äh, ja. Sehen wir in Smough. Lass uns nachher schauen. Okay. They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. Okay, wir können uns umschauen. Da liegt ein Ziegelstein. Okay. Da ist ein vernageltes Fenster. Ja, das war nicht. Äh, Schloss. Das machen wir hier lieber nicht auf. Da liegt wer, ein gefangener Walker. Look at the one, trapped over there. Better hero next time. Oh, shit. What? Do you know that guy? Ja, wir sagen einfach einen... So ungefähr sein Gesicht, äh... He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know? They start rotting and get all cheat up and... Shut up, Doug. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore. And died with keys in his pocket. Yeah, it would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Ja, das Schlimme ist, dass es sein Bruder. Baumarkt. Okay. Ein Fernsehladen. Too bad, we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know, what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Reden nochmal mit Doug. Äh, wir sollten den Kerl dort drüben durchsuchen. Wie bist du hier gelandet? Geh wieder rein. Ähm, jo. Wir sollten denken, über den Mannen auf der Straße suchen. Vielleicht hat er ihn gefragt, aber wer weiß, ob er hier eigentlich gearbeitet hat. Äh, wie bist du hier gelandet? How did you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No, just do my own thing. Where are you? Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne ein paar Leute hier. Ich bin einfach... Hä, spielt das eine Rolle. Ich kenne ein paar Leute hier, ja. I know some folks here. Seem like as good a place as any. Oh, friends? Family? They around? Family. Meinst du, wir sind hier sicher? Ja. Do you think we're safe here? I haven't been able to get through this gate so far. The drugs are safe enough, I think. Whoever owned it took care of it. It's well stocked and locks up well. Jo, das ist richtig. Is there anything else? Nein. Ähm. Ja, das haben wir. Okay. Wir gehen einfach mal wieder rein. Okay. Und gucken, was drin los ist im Büro. So, die Batterie. Weiß ich nicht, wo die ist. Wer sich erinnert, die Batterie fürs Radio, weiß ich nicht. So, wir gehen ins Büro, da wo die Eltern von Lee liegen. Es ist nicht so schön. Ich kann nicht, ich kann nicht denken über sie in hier. Oh, Mann. Eine Hintergasse. Wir reden mal mit Clementine. Glaubst du, alle sind okay? Hast du von Glenn gehört? Nein. Ja, wir werden sie auf jeden Fall beschützen. Achso, Ausgang. Dann ist hier eine Hintergasse. Erste Hilfekasten. Guck mal rein. Was da drin ist. Aber man sieht, äh, seinem Bein geht's besser. Auf jeden Fall. Bettzeug. Meine Eltern kamen hier, hoffen, zu überleben. Aber es sieht, wie einer von ihnen war. Ich wundere, ob es mein Vater war. Ich versuche, ein Heroin zu sein, vielleicht. Ich will zumindest sie zu retten. Ein Foto. Da ist ein Foto. Da ist ein Foto. Scheiße. Was? 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 Die Leute in der Stadt wissen, dass der Begründer von W.A.B.E. in Atlanta getötet, aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich beobachte diese Begründung. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht wirklich. Frankly, das ist ein Wettbewerb, der sich in Hand zu kommen. Hm. Hast du jemanden aus dem, wer du warst, oder dass du warst zu diesem Ort? Der Welt ist in der da, wo ich bin. Wenn du nicht jemanden finden will, wenn du dich auf dich verletzt hast, bist du verrückt. Whatever. Du bist ein guter Typ. Und die letzte Sache wir brauchen ist drama. Du hast das kleine Mädchen zu tun. Und du hast mich nicht falsch, auf das. Ich habe nicht gedacht. Gut. Denn wenn das länger als ein paar Tage dauert, und du bist ein Detrimmant zu der Gruppe, dann haben wir ein Problem. Oh, ja. Ich verstehe dir. Ich verstehe dir. Danke. Danke. ... Nein. Okay, ein Schreibtisch und eine Tür. Ah, wie geht es dir? Das war ziemlich schrecklich, was? Du brauchst nichts, oder? Wie geht es dir? Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht es mit allem außen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Okay, hier geht's. Hast du Kinder? Nein. Hast du keine Familie? Was machen deine Eltern? Reden wir nicht darüber. Treibst du Sport? Lass es. Was machen deine Eltern? Was machen deine Eltern? Meine Mutter ist ein Doktor und mein Vater ist ein Ingenieur. Das sind gute Jobs. Was ist dein Job? Ich, uh, teach Geschichte und Schreiben und Dinge wie das. Wie, um, Social Studies? Ja, wie das. Weil sie tot sind. Ich hoffe nicht. Es ist nur kompliziert. Ich würde ihnen keinen Vorwurf machen. Ja, ich würde sagen, wir sind einfach zu allen ehrlich und sagen, dass sie tot sind. Ich hatte etwas Ärger. Ich bin kein Schlechter. Ich habe niemanden. Ich bin ein paar Schlechter. Und ich habe sie nicht mit ihnen gesprochen. Das war ihre Storz. Aber wir lassen uns das zwischen dir und ich, okay? Okay. Weil der Schlechter? Ja, das ist richtig. Jetzt machen wir das. Ow! Du bist okay? Ich habe meine Finger. Ist es blöde? Ein bisschen. Okay. Ich finde dir einen Bandage. Und wir wissen, wo ein Erste Hilfe, äh, Dingens ist. Ein Erste Hilfe, äh, Koffer. Da. Ist eine Schublade. Moment. Da ist nichts drin. Okay, wir... Clementine. Was ging auf, ne? Sie werden uns finden, ich glaube, das werden sie nicht. Ja, wir machen hier ein bisschen Mut. So, ist da noch irgendwas? Da oben ist noch was. Ein Fernsehgerät. Äh, Fernbedienung? Fernbedienung, ich sehe keine Fernbedienung. Tür zur Apotheke. Okay. Und, ähm, wir haben Clementine geholfen. Wir reden nochmal mit Clementine. Glaubst du, alle sind okay? Was ist von Längen gehört? Wie geht's deinem Finger? Die anderen zwei Dinge haben ja schon, äh, herausgefunden. Wie ist es? Es ist okay. Danke, dass du es fixest. Okidok. Ich werde weiter schauen. Okay. So, und was sich hinter dieser Tür befindet und ob wir die Pillen finden, sehen wir in in der nächsten Folge, die morgen erscheinen wird. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.